und mit zwei macht man das aus ja genau nein schwein gehabt ähm schütten ok muss ich euch doch tauchen gehen das wäre dann doof schnauschel auch wiederholen normaler sand gas ok lehm sand ja was sand wo ich meine schnauschel trotzdem keine chance schnauschel kohle schnauschel ich habe irgendwo hier eingepackt naja da haben wir den schnauschel so sand brauche ich ich habe ich nur exzellen weißen sand brauche oder auch roter sand geht einfach weißen dann ist alles butter dann ist alles in butter so das dauert hier nur so ewig schnauschel 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 ich brauche 32 das kann dauern naja das war doof hoch und da hoch und da hoch und da ist doof schnauschel 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 und da dann kann ich ein bisschen schaufeln 32 ist das haben wir gleich fackel so war ja klar so ok das ist roter Sand ich will den da hier ist noch einer gut alles klar ist kann ich auftauchen das dürfte erstmal reichen aufwärts so für gold als für gold tot hier wenigstens die goldsieds will ich noch haben für diese aufnahmesession auf jeden fall gold gold essenz gelb kupfer sand haben wir gelb kriegen wir gleich guck wenn wir auch was haben gelb ich brauche auf jeden fall kupfer wachsen schneller pink pink ok ähm weiß gelb jawohl gelb haben wir jetzt genug mit 32 so das weg das weg es fehlen noch zwei kupfer die kriegen wir auch gleich die zwei kupfer kriegen wir auch gleich denke ich ähm da ist das dann das das lecker nicht so ein bisschen sowas so ein kupfer fehlt jetzt noch ist auch gleich soweit so dann so ist ja die so guck mal nach was anderes vorbereiten könnten bauxit limestone weiß zinn ok zinn kann ich auch mal hier guck mal so zinn zinn hier fertig einmal kurz scannen die sind sowieso nicht fertig lang nicht lang nicht ähm so genau so ähm ja gut ähm weg 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 so was wollen wir noch limestone limestone muss ja unten farmen gehen das ist ja doof toll war ja klar dass sowas kommen muss ok geht mal limestone farmen ähm der war ja auch da unten zuhauf hier zum beispiel hier zum beispiel so das dürfte vielleicht einen ticken schneller gehen oder noch vielleicht das sollte ich nicht so tun äh das ist gefährlich äh so so santa weg so gucken wir mal sauerstoff danke dann sparen wir jetzt das auf und ab tauchen hier ist für jetzt mann hinkriegen sauerstoff schön natürlich noch besser da kommen wir ein bisschen mehr schade natürlich nicht okay haben wir da ein bisschen was kann ich eine fackel hinstellen ein bisschen mehr licht dass wir es hier wieder finde verdammt es muss schon wieder in diesen schaumschlubs ausgeschnitten grauselig manchmal so kohle es war jetzt so viel was soll es weiß gut sei es hat viel fall genug das darf ich nicht den dadurch auch nicht so so und das war es schon okay questbuch brauchen wir jetzt und zwar 18 32 weiß 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 so und dann haben wir hier dass das 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 okay naja zwölf davon noch ja aluminium aluminium das schon mal gold auch noch davon gold sieht ach ja erde erdrohne verdammt ich brauche noch kohle und jede menge erdrohne feuerrohne ich will doch gar keine netterwarzen wie krieg ich einen soul send netter samen netter sieht ich bin hier noch gar nicht da auch man muss doch gemein gold kann ich erst mal knicken so ärgerlich so was kohle stein auch den ich jetzt nicht mehr habe echt jetzt auch ziemlich sicherlich noch habe noch mal so ok gold geht noch nicht dann noch mal ja die erzieht genau die erd man das ist genau auf erde gebraucht hier stone mann hast die mana powder mann hast die die bräuchern ok aber krass rein das geht ja dann den gebrannten stein in kohleblock und den bild kohleblock den gebrannten stein ok ich denke ich naja mein so also dass ich auch dass ich auch dass ich auch dass das ist das ist das genau